Schmerzmittelintoleranz, eine unbekannte Entzündungsursache. Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Krankheiten können die erstaunlichste Ursache haben. Nehmen wir mal an, Sie haben schon lange mit einer immer wiederkehrenden Nasen-Nebenhöhlenentzündung zu tun, vielleicht auch verbunden mit Asthma oder mit Nasenpolypen und keiner findet den wirklichen Grund. Und dann kommt ein Arzt und der sagt, na, vielleicht haben Sie ja eine Schmerzmittelintoleranz. Bei mir ist Dr. Ine Schneider. Er ist Oberarzt in der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde-Kopf- und Halschirurgie in der Asklepios-Klinik Altona. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Schneider. Sie könnten dieser Arzt sein, oder? Der sagt, man, vielleicht haben Sie eine Schmerzmittelintoleranz. Kann das sein? Genau. Häufig kommen Patienten zu uns in die Klinik, die eben immer wiederkehrende Nasen-Nebenhöhlen-Beschwerden haben, Entzündungen in diesem Bereich vielleicht auch schon mehrfach operiert wurden oder eine entsprechend langwierige Vorbehandlung haben mit Medikamenten. Und dann macht man sich natürlich Gedanken, was steckt denn da dahinter? Wieso kommt denn das immer wieder, diese Erkrankung? Oder ist so hartnäckig und lässt sich durch andere Methoden nicht richtig beeinflussen? Das ist eigentlich immer der Punkt, wo dann nochmal dieser Gedanke wirklich einem kommen muss, dass das vielleicht der Fall sein sollte. Um welche Medikamente geht es, die man da nicht verträgt? Ja, das sind Schmerzmittel, die klassischen Schmerzmittel, die häufig eingesetzt werden, wie eben die Acetylsalicylsäure. Aspirin ist der Markenname, unter dem die Substanz eigentlich bekannt geworden ist, schon Ende des vorletzten Jahrhunderts. Und man hat auch recht rasch gemerkt, dass da irgendwas passieren kann, wenn diese Substanz eingenommen wird und hat das dann langsam weiter beforscht. Und im Laufe der Zeit sind natürlich in dieser Schmerzmittelklasse einige Substanzen dazugekommen. Ja, genau. Ibuprofen, Diclofenat, was ist mit dem? Richtig, genau. Auch diese Substanzen können diese Erscheinung machen, sind aber der prominente Vertreter, ist eigentlich die Acetylsalicylsäure. Und Paracetamol zum Beispiel gehört ja prinzipiell auch zu dieser Gruppe, ist eben aber keine so starke Substanz in dieser Klasse, sage ich einfach mal so, sondern nur bei höherer Dosierung löst sie dann diese Reaktion aus, um die es hier geht eigentlich. Und wie ist das dann? Also ich nehme, bleiben wir mal bei ASS, ich nehme das Mittel ein. Wann geht mir die Nase zu? Also passiert das sofort oder nach Tagen? Ja, in der Regel tatsächlich relativ rasch. Also meistens binnen zwei oder drei Stunden. Nach der Einnahme kommt es zu den entsprechenden Beschwerden. Am häufigsten tatsächlich sind es bronchiale Beschwerden. Das heißt also, man hat plötzlich so ein bisschen enge Gefühl eher beim Atmen. Es geht schwerer, wird die Luft nicht mehr so gut los. Und das sind so häufig charakteristische Beschwerden, manchmal eben auch in sehr, sehr starker Ausprägung. Manchmal eben nur sehr, sehr leicht. Und natürlich viel, manche andere haben eben sowohl eben diese nasalen oder Augenbeschwerden, klassische scheinbar allergische Beschwerden. Aber auch Nesselsucht, habe ich gehört. Und auch Magen-Darm kann dabei sein. Richtig, genau. Auch das kann in Erscheinung treten, ist nicht ganz so häufig. Aber es kann alles auftreten. Das macht natürlich manchmal so die Diagnostik ein bisschen schwierig am Anfang. Ja. Reden wir jetzt über eine Allergie oder über eine Intoleranz oder ist das dasselbe? Nein, es ist nicht dasselbe, weil sich im Grunde ist die Allergie ein Ungleichgewicht in der Immunreaktion. Und über das, was wir jetzt sprechen, ist ein Ungleichgewicht im Entzündungsstoffwechsel. So, das ist ein eigentlich fundamentaler Unterschied, obwohl das Aussehen am Ende sehr ähnlich ist. Wie eine klassische Allergie, Soforttyp-Allergie. Ja. Okay. Heißt das was für Ihre Behandlung? Genau. Das Problem daran ist, dass man, oder bei der Allergie kann man darauf hoffen, dass wenn man eine ursächliche Behandlung durch eine zum Beispiel Hyposensibilisierung, eine spezifische Immuntherapie anstrebt, die in der Regel so über drei Jahre verläuft, dann hat man hoffentlich über einige Jahre, vielleicht sogar lebenslang, Beschwerdefreiheit, weil das Immunsystem hat ein Gedächtnis. Wie bei einer Impfung eben, kann dieses Gedächtnis länger oder nicht so lange anhalten, aber man kann darauf hoffen, dass es doch eine längere Zeit ist, wo man dann im Wesentlichen beschwerdefrei vielleicht ist. In diesem Fall, im Entzündungssystem, gibt es diese Gedächtniszellen nicht. So muss die Behandlung im Grunde täglich erfolgen. Aha. Das deutet schon mal darauf hin, wie das dann auch laufen wird für jemanden, der eine Schmerzmittelintoleranz hat. Jetzt sind wir ja erst mal dabei, das rauszufinden. Wie finden Sie denn jetzt raus, dass man tatsächlich eine Intoleranz hat gegenüber Schmerzmitteln? Genau. Also das ist einmal natürlich das Gespräch, wenn der Patient kommt. Manchmal lässt es sich auf Anhieb im Grunde schon zuordnen, was da passiert. Man kann dann sich eben überlegen, wenn man das schon weiß, dass diese mehr oder weniger heftige Reaktion reproduzierbar nach solchen Einnahmen ist, ist es natürlich sinnvoll, das nochmal durch einen Test zu bestätigen. Das ist eben nicht wie bei den Allergien standardmäßig so ein Hauttest, sondern man muss die Medikamente tatsächlich einnehmen. Man macht das unter stationären Bedingungen. Das ist auch ein Unterschied zu den Tests, die man in der Regel in der Arztpraxis machen kann. Die normalen Allergieteste werden standardmäßig ja ambulant durchgeführt. Diese oralen Provokationen, also die Einnahme von Aspirin oder Acetylsalicylsäure, es kann manchmal heftige Nebenwirkungen haben. Deswegen unter stationären Bedingungen. Man muss es einnehmen. Und Vorteil an der ganzen Geschichte ist, man merkt dann schon, bei welcher Dosis man im Grunde reagiert. Das kann einem dann schon den Schritt in die Behandlung ermöglichen, entweder sofort oder nochmal zu einem späteren Zeitpunkt. Das heißt, es ist immer dieselbe Dosis, ab der der Körper da nicht mehr mitkommt? Ja, normalerweise diese Schwellendosis, sag ich mal so, kann man eben in dieser Testung relativ sicher ermitteln, ab wann was passiert. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, wie die Absprache mit den Patienten selbst ist, wie viel Zeit man unter Umständen dort in der Klinik investieren will. Weil es kann sein, dass man dann unterschwellig nochmal tatsächlich anfangen muss, die Dosis zu steigern, bis man tatsächlich auf einer Erhaltungsdosis angelangt ist, von der man annehmen kann, dass dieser ungünstige Stoffwechselweg blockiert wird, dass das dann funktioniert und dass man dann vielleicht eben eine deutliche Reduktion dieser Entzündungserscheinungen in den Nasen nebenhöhlen und in der Lunge hat. Das heißt also, wir sind jetzt ja bei der Diagnose. Ich bin also zu Ihnen gekommen. Sie sagen, kann sein, dass du das hast. So, jetzt machen wir erstmal stationär mehrere Tage diesen Test. Genau, es hängt dann so ein bisschen davon ab, wie sicher das schon ist, dass man das hat. Bei manchen ist es so ein klar, die erzählen einem eben, ja, ich habe das eingenommen, Aspirin, danach Intensivstation, weil kompletter Asthmaanfall. So, dann ist es ganz glasklar. Dann geht es um diese Schwellentestung im Grunde, wenn, sag ich mal so, rauszufinden, wo könnte man denn in die Behandlung vielleicht einsteigen. So, das will man rausfinden. Sonst müsste man zwei Tage investieren, wenn ganz fit unklar ist, ob man das wirklich hat. Die Behandlung ist ja im Grunde wieder wie die Diagnose, oder? Also, die Behandlung heißt doch jetzt, wenn ich sie richtig verstanden habe, nimm das Medikament in der Schwellendosis immer. Ja genau, die Schwellendosis wird in der, oder man hofft, die Schwellendosis zu überschreiten, auf eine gewisse Erhaltungsdosis zu kommen, von der man annehmen kann, dass sie wirklich diese ungünstige Reaktion im Stoffwechsel unterdrückt. Und dort sollte man irgendwie hinkommen, damit es gelingen kann, diese Erkrankung irgendwie zu behandeln. Wenn ich mal dazwischenfragen darf, wir reden ja doch über Schmerzmittel. Also, wenn ich jetzt dauerhaft ein Schmerzmittel nehme, dann bekämpfe ich damit vielleicht meine Unverträglichkeit. Aber das ist doch, ist das denn gesund? Das kommt drauf an. Also, normalerweise wird eine Dosis angestrebt, die noch unterhalb, meistens wenn wir von jetzt mal von Acetylsalicylsäure reden, die normale Tablette beinhaltet 500 Milligramm, die man normalerweise bei Schmerzen einnimmt. Und normalerweise würde man bei etwa 300 Milligramm etwa anstreben, dorthin zu kommen. Wenn man das einmal am Tag einnimmt, ist es so, normalerweise klassische Nebenwirkungen von Acetylsalicylsäure, Aspirin sind Magenprobleme, weil die eben in diesen Entzündungsstoffwechsel eingreifen und entsprechend auch Magenprobleme machen können. In dieser Dosierung ist es normalerweise so, dass es keine Probleme macht. Es gibt natürlich Leute, die sehr empfindlich sind, okay, dann muss man natürlich genau gucken, was ist dann. Und es gibt natürlich einen Blutverdünnungseffekt von ASS und das muss man natürlich im Einzelfall auch schauen, gibt es da gewisse Risikopotenziale für Leute, die eben aus irgendwelchen Gründen vielleicht anstehende Operationen oder manchmal bei Frauen mit der Regelblutung muss man gucken, je nachdem, könnte das ein Problem sein oder kann man das machen. Das muss individuell angepasst werden. Ja, und wenn wir diese Dosis gefunden hätten, ab der ich nicht mehr allergisch, Entschuldigung, unverträglich reagiere, genau, so viel Zeit muss sein, muss ich das denn dann regelmäßig nehmen, mein Leben lang? Ja, also man muss es täglich nehmen, tatsächlich, um diese ausreichende Blockade des ungünstigen Stoffwechselbewegens zu erreichen. Man kann nur wenige Tage Pause machen, bevor quasi der Effekt verpufft. Und man muss es dann tatsächlich regelmäßig vielleicht lebenslang einnehmen. Man kann natürlich nach einiger Zeit überlegen, ob man nicht einen Auslassversuch mal machen kann, wenn es gut funktioniert hat insgesamt und man denkt, ja, meine Nebenhöhlen sind gut unter Kontrolle, da passiert nichts mehr und meine Lungenerkrankung vielleicht ist auch sehr stabil, muss man sich vielleicht überlegen, ob man dann irgendwann aus der Behandlung auch aussteigen kann. Und gibt es denn, also was wäre denn, wenn jetzt diese Desaktivierung, so nennen Sie das, glaube ich, wenn das scheitern würde? Oder wenn ich es nicht vertrage aus den genannten Gründen eben gerade, Masenblutung? Ja, genau, also es gibt natürlich Medikamente, die in den Entzündungsstoffwechsel eingreifen, die eben verhindern, dass eben die Substanzen, die diese Unverträglichkeit hervorrufen, nicht mehr an die Rezeptoren andocken können. Diese Medikamente stehen zur Verfügung prinzipiell, aber es gibt eben individuell auch dort manchmal Schwierigkeiten mit der Wirksamkeit, es gibt aber eben prinzipiell, steht das als Alternative zur Verfügung, muss allerdings auch täglich eingenommen werden, so man würde, und die Therapiekosten sind natürlich deutlich höher als die mit ASS. Ja, also da reden wir jetzt über Biologicals, glaube ich. Nein, genau, der erste Punkt wäre eben die Leukotrien-Rezeptor-Antharogenisten nochmal zu nehmen, die schon länger am Markt sind. Das wäre der erste Punkt, um dort nochmal einzuhaken, wenn das mit der Desaktivierung nicht richtig funktioniert. Wenn auch dort sozusagen die Möglichkeiten irgendwie erschöpft sind und nicht richtig funktionieren, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, nochmal neuere Medikamententypen auszuprobieren, die ihre Wirksamkeit auch bei nicht-allergischen Formen von Nasennebenhöhlenentzündungen schon bewiesen haben. Auch das ist möglich, aber eben auch aufwendig und es würde dann am Ende stehen, wenn alles andere nicht richtig funktioniert. Aha, das heißt, Sie empfehlen im Grunde genommen, erstmal probieren die Desaktivierung, Schwellendosis finden, Haltungsdosis finden und danach könnte die Geschichte erledigt sein für alles. Genau. Vielen Dank für das interessante Interview. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!